Wie schwierig ist eigentlich das erste Semester in so einem BWL-Studium? Über 20% aller BWL-Studenten brechen ihr Studium im Laufe des Studiums ab. Und bei den meisten kristallisiert sich eigentlich schon während des ersten Semesters heraus, ob sie das ganze Ding durchziehen oder nicht, ob sie das auch erfolgreich durchziehen oder nicht. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen darüber sprechen, woran das liegt, ob das erste Semester wirklich so schwer ist oder ob das irgendwelche anderen Gründe hat. Weil wenn ich mich mal an mich zurückerinnere, für mich rückblickend war auch das erste Semester definitiv das stressigste, das chaotischste und das schwierigste. Aber gleichzeitig, wenn ich mich zurückerinnere, war das meiner Meinung nach alles Kindergarten, was man dort inhaltlich gemacht hat. Und wenn wir uns mal angucken, was hast du inhaltlich für Fächer im ersten Semester in so einem BWL-Studium, dann sehen wir, dass du dort einfach nur die ganzen Grundlagenfächer initial bekommst, die du dann für die komplexeren, späteren Fächer, die dir auch wirklich etwas bringen, brauchen wirst. Das heißt, es sind zum Beispiel Grundlagen in Mathematik oder Wirtschaftsmathematik. Es sind Grundlagen in Statistik, die du oftmals hast. Es sind Grundlagen manchmal noch in ersten BWL-Fächern wie Einführung ins Rechnungswesen, Einführung in Mikroökonomie, Einführung in Finanzmanagement. Es ist vielleicht auch mal eine Einführung in Recht, aber es sind quasi alles nur die ersten Bausteine von späteren, komplizierteren Fächern. Und oftmals ist es auch so, dass die Inhalte jetzt nicht wirklich komplizierter sind, als sie es damals in der Schule waren. Ja, weil es ist einfach was Neues, aber das Neue ist jetzt nicht irgendwie auf einem extrem hohen Niveau. Später im Studium, im dritten, vierten, fünften Semester, da werden dann einzelne Inhalte schon komplizierter, als es irgendwie in der Schule war. Zum Beispiel irgendwie in Mathematik werden dann schon ein paar kompliziertere Sachen eingeführt, als man in der Schule hatte. Aber in diesen Grundlagensachen ist es nicht anders als im Abitur. Du musst einfach lernen, du musst die Rechnung einmal verstehen, aber mehr ist es wirklich nicht. Und es ist auch nicht irgendwie unglaublich viel rückblickend. Ja, du hast im ersten Semester genauso deine 30 ECTS-Punkte normalerweise wie im zweiten, dritten, vierten Semester. Und normalerweise hat man auch nicht deutlich mehr Klausuren oder sonst was. Dennoch ist es für viele Leute extrem schwierig, das erste Semester direkt mit sehr guten Ergebnissen abzuschließen. Und das hat eigentlich andere Gründe. Und zwar ist der Grund, warum das erste Semester so schwierig ist, nicht der Inhalt des ersten Semesters, sondern es ist der Fakt, dass es einfach der Anfang des Studiums ist. Super viele Leute sind überfordert mit den Anforderungen, die sie an der Uni haben. Man kommt aus dem Abitur, wo alles immer relativ überschaubar ist, wo man immer einen klaren Rahmen hatte. Und dann geht das Studium los. Man zieht vielleicht in eine neue Stadt. Man lebt zum allerersten Mal alleine. Man lernt super, super viele neue Leute kennen. Die ersten zwei, drei Wochen ist man erstmal komplett durchbesoffen, oftmals. Und dann gibt es noch ganz viele andere Ablenkungsmöglichkeiten, wie irgendwelche Initiativen, wie irgendwelche Studentenpartys. Dann erzählt dir noch irgendjemand auf YouTube, dass es wichtig ist, Praktika zu machen und sich Engagement zu sichern und sich auf Stipendien zu bewerben und, und, und. Und du bist einfach völlig überfordert. Gleichzeitig wollen auch deine Eltern wissen, wie es dir geht. Du musst Kontakt halten zu den Leuten deiner Heimat und, und, und. Und das ist einfach viel zu viel auf einmal. Und das Problem ist, was die meisten Leute haben, dass sie es einfach nicht hinbekommen, sich schnell zu organisieren selbst. Und die Leute, die sich direkt nach dem ersten, zweiten Semester ein Top-Profil aufgebaut haben, direkt mit Top-Noten ins Studium gestartet sind, sich direkt erste Praktika gesichert haben, sich womöglich auch ein Stipendium gesichert haben, und, und, und. Das sind einfach nur die Leute, die diesen Schritt ins Studium sehr schnell gemeistert haben, die es sehr schnell geschafft haben, sich da komplett selbst zu organisieren. Weil bei den meisten Leuten dauert es einfach drei, vier, fünf Semester, bis man wirklich heraus hat, wie der Hase läuft. Und auch bei mir war das rückblickend so, ich habe während dem Ende meines Studiums viel, viel effizienter zum Beispiel gelernt, als am Anfang meines Studiums. Am Ende waren die 1-0 damit viel weniger Aufwand zu schaffen, als am Anfang, weil ich am Anfang halt viel ineffizienter vorgegangen bin, viel weniger konzentriert war beim Lernen, viel weniger wusste, was ich wirklich priorisieren muss, und, und, und. Genauso brauche ich jetzt irgendwie, um einen Lebenslauf zu erstellen, um einen Anschreiben zu erstellen, irgendwie 10, 20 Minuten. Und damals, wo ich mir alles selber irgendwie zusammengesucht habe, habe ich irgendwie drei, vier Tage oder so gebraucht für einen Lebenslauf. Und der war nicht mal gut. Das heißt, am Anfang hast du halt immer das Problem, du bist neu dabei, du kennst dich noch nicht aus, du weißt noch nicht, was abgeht. Und deshalb brauchst du eben einfach super lange, um das alles hinzubekommen. Und bei den meisten Leuten dauert es eben diese 4, 5, 6 Semester, bis man es dann endlich hinbekommen hat. Und deshalb sieht man bei echt vielen Leuten, also ganz viele Freunde bei mir aus dem Studium, war es auch so, dass sie in das Studium reingestartet sind mit so einem mittelmäßigen Schnitt. Und dann am Ende ist dann der Bachelor-Schnitt immer besser und immer besser geworden, weil sie quasi immer bessere Noten geschrieben haben. Es hat auch später dann Klick gemacht, dann haben sie auch mal anständige Praktika bekommen. Aber diese Phase, sich da reinzufinden, dauert eben ziemlich lange. Und genau deshalb ist dieser Anfang vom Studium so extrem schwierig. Und du hast jetzt den riesengroßen Vorteil, das gab es bei mir damals noch nicht, dass du jetzt hier diesen YouTube-Kanal hast, auf dem all dieser Erfahrungsschatz gebündelt ist. Denn ich und alle anderen in meinem Jahrgang mussten sich all diese Sachen selber herausfinden. Und deshalb hat es einfach so lange gedauert. Und deshalb sind wir alle ineffizient vorgegangen. Und so war es auch bei allen Jahrgängen vor uns. Aber jetzt hier mit diesem YouTube-Kanal, mit all unseren Angeboten, kannst du von unseren Erfahrungen profitieren, und dass du diese ganzen blöden Väter nicht selbst machen musst. Sondern du kannst dafür sorgen, dass du von Anfang an, ab dem ersten Semester, alles herausholst. Und da ist jetzt einfach nur an dir, wie eng du da unsere Informationen, unseren Erfahrungsschatz für dich etablieren möchtest. Reicht es dir aus, wenn du einfach nur hier diese Videos anschaust? Oder möchtest du noch mehr Informationen haben? Möchtest du noch eher mit uns in den Austausch kommen? Und wenn das auf dich zutrifft, wenn du sagst, hey, ich möchte noch mehr Informationen, die auch über diesen YouTube-Kanal hinausreichen, dann sichere dir gerne einen Platz in unserem kostenfreien Live-Webinar nächsten Sonntag, am 21.11. Wir starten ab 11 Uhr, wird live stattfinden, kostenfrei. Und wir sprechen genau über dieses Thema, wie kannst du das erste Jahr in deinem BWL-Studium perfekt nutzen, sodass du direkt reinstartest, direkt mit all unserem Erfahrungsschatz, kannst du anwenden, um dir direkt Top-Noten zu sichern, Top-Praktika, Aussicht auf Stipendien und, und, und. Das sind alles Sachen, die wir selber gerne früher gewusst hätten und von denen du heute profitieren kannst. Das heißt, es ist einfach nochmal eine Stufe über diesem YouTube-Kanal, um einfach noch mehr Infos zu bekommen. Du kannst im Live-Q&A Fragen stellen und, und, und. Wir können dann noch tiefer drauf eingehen. Und ansonsten natürlich auch gerne bei uns Allgemeinbewerben auf eine längerfristige Zusammenarbeit, wo wir dann natürlich in die allertiefste Stufe reingehen können und wirklich Monat für Monat dafür sorgen können, dass du alles aus deinem BWL-Studium herausholst. Das ist natürlich für die ganz Ambitionierten von euch gedacht. Aber zumindest zum Webinar solltest du dich auf jeden Fall kostenfrei und unverbindlich anmelden. Pumpkincareers.com-webinar. Den Link dazu findest du unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, dass du hier bei diesem Video mit dabei warst. Lass mich gerne wissen, wie dir das gefallen hat, ob das sinnvolle Insights waren, ob ich vielleicht nochmal tiefer, vielleicht auch in verschiedene Fächer des BWL-Studiums reingehen soll. Ich glaube, das könnte auch ziemlich interessant sein. Und dann sehen wir uns alle Erstsemester zumindest von euch am Sonntag im Webinar ab 11 Uhr.